Samra diese Woche zweimal, Mädels! Die haben uns geschrieben und gemeint, die sind beide anders auf Enagi auf diesem Song. Okay, dann geh ich mal offen an die ganze Sache. Ich bin deswegen auch sehr gespannt. Mach du das Intro. Das war das Intro. Das war das Intro. Wunderschön, dann Leute, dann wollen wir mal gleich anfangen. Da schwimmen wir keine Zeit. Go! Def Jam! Germany! Hör zu, Jungs! Boca und Samra! Neue Musik, Al-Kudam! 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 Der Arab, der gerade nicht aussieht wie ein Arab? Ja, Mann. Dieser Piloten! Al-Kudam! Al-Kudam! Al-Demiz! Al-Hüni! Al-Kudam! 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 Oh, der war geil, der war schön, Digger. Der war richtig nice, was. Der hat voll viel Energiebreden. Ja, ja. Mit seinen Launch-Spiel Punch ist der gleich mega nice an, das hat so Energie. Na? Jetzt haben wir das. Ein Monat lang in Kromo Katar, komm nicht klar ohne Drogen oder ohne Friseur. Ich brauche ein paar Hosentaschen mehr. Samra! Samra! In AMG am KDW gegen eine Wand. Mit Pitches auf dem Rücksitz, wir leben nicht mehr lang. Wir sind Millionäre aber geben nicht mehr an. Anna-Sakram, Anna-Anna-Akudam. Was heißt das Anna-Sakram, Anna-Anna-Akudam? Das würde mich auch interessieren. Schreibt es mir unten in den Kommentaren. Ich will es wissen. Das war Luciano, oder? Ja? Und Luciano war auch da, ja. Verstehe ich nicht. Das ist die Berliner Connection, Digga. Klaus. AMG am KDW gegen eine Wand. Pitches auf dem Rücksitz, wir leben nicht mehr lang. Wir sind Millionäre aber geben nicht mehr an. Anna-Sakram, Anna-Anna-Akudam. Die Tagliatelle, ja sie sind al dente. So lieb ist Sabio. Ja man, das ist schon lustig. Die Tagliatelle, sie sind al dente. 25 Jahre alt und bald rennte. Meine Knarre sagt kein Ton, ist ne gescheitente. Der ganze Tutam steht in Flammen, so wie Wald brennte. Ich weiß morgen kann nicht rot sein. Ra, Blutzwiesen so wie Rotwein. Pitches, die ich ficke alle notgeil. Was für Brot sein, die wollen nicht mal Fuchs sein. Junge, Sammler geht gerade böse ab. Sammler hat auch gerade böse die Vibes, ey. Aber so gefällt mir Sammler. Übertrieben, Alter. Digga, der will nicht mal den wildgeil Kok-Style machen. Die bleiben mal ein bisschen so... Er hat aber eben noch eine da hingebracht. Kann mich aber nicht mehr ändern, die war auch cool. Okay. Ja. Würdest du nochmal zurück machen? Nö. Wenn du den zweiten Wagen in die Luft ziehst. Bei den AMG am KDW gegen eine Wand. Mit Pitches auf dem Rücksitz, wir leben nicht mehr lang. Wir sind Millionäre, aber geben nicht mehr an. Anna, Sagra, Anna, Anna, Alcoba. Bei den AMG am KDW gegen eine Wand. Pitches auf dem Rücksitz, wir leben nicht mehr lang. Oh, das hat echt Energiepudding. Also wenn die Flexen nicht angeben, das weiß ich auch nicht. Ja, Mann. Stimmt. Wenn die Flexen nicht tot, Digga. Bei Flexen ist doch jetzt ein neues Wort angeben. Ja, Digga. Stimmt. Flexen ist doch. Wir sind Millionäre, aber geben nicht mehr an. Anna, Sagra, Anna, Anna, Alcutam. 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 Der Song hat so mit Energie umlaufen. Ja, der nennt mich einfach wohl nicht Glitzer, Glitzer. Oder wie ging der Song noch mal an, Bro, die klitze, die klitze, ein bisschen anders für den Vibe davon, bin ich. Ey, ich kann mich so hart erinnern, Digga, damals, wenn wir mit den Jungs draußen waren, das ist so mitten in der Nacht so, wir hatten so schöne Grüße an Momo und den ganzen Jungs, äh, und Niki, Digga, ey, wir hatten so einen 9-sitzer Transporter, ne, und die Songs, die damals aktuell waren, rauf und runter gerappt auf Lautstärke. Und ich kann mich erinnern, Digga, wenn jetzt so ein Song damals wäre, Alter, was wäre das für eine Eskalation gewesen? Weil die Songs, was hatten wir damals? Das war krass. Unvergessliche Zeit, aber damals, glaube ich, war es noch mal heftig. Wir hatten so Terrabass, äh, Terrabass, Infinity und sowas. Krass. Das war so die Zeit, Digga. Schöne Zeit. Ja, ja. Heftig, Digga, ich kann nicht sagen. Krass einfach. Ich mach jetzt Play, Bruder. So, jetzt. Anna, Sahra, Anna, Anna, Alkutam. Sin, shan, shan. Sin, shan, shan. Sin, shan, shan. Ja, ja, ja. Digga, ich will was, 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 was? Ja, danke, Brudy. Nein. Überzeugt, treffe. Nummer Humor. Paaroli squoren, was ist das mit dem? Paaroli squoren. Ein paar nice Glocks haben die gefunden. Und Farno ist ein neuer Millionär. Du bist ein Millionär geboren. Okay, dann geht's. Ey, das hat mir mega gefallen. Frisch. Samra frisch. Erstmal dieses Brodeln mit Elif und jetzt so. Brodeln. Nein, das war zuerst. Ja, das war zuerst. Für uns, was wir als erstes gehört haben, erstmal den Song mit Elif. Aber, ja, die Woche. Nice, Digga. Die Woche war für ihn gut. Zwei Mal Sachen, die uns überzeugt haben. Mashallah. Mashallah, Samra. Mach nochmal, bitte. Okay, Leute, ich würde sagen, wir beenden das Ganze. Brennt du, oder? Leute, für die Zuschauer, ihr könnt uns sehr gerne auf Instagram folgen. Dort heißen wir dirawenas. Wir sehen uns bei der nächsten Reaction. Yes. Warum beleidigst du dich? War Spaß.